Oliver Pocher, 46, nimmt seine Ex-Partnerinnen gerne mal aufs Korn. Doch jetzt schwelgt der Comedian auf einmal in Erinnerungen und wird ganz schön nostalgisch. Dabei geht es ausgerechnet um seine Ex-Freundin und Tennis-Star Sabine Lesicki, 34. Weshalb die Beziehung mit seiner Ex-Sabine Lesicki tatsächlich so unschön endete und warum sich Olli jetzt dafür sogar bei ihr entschuldigt. Das mit Sabine und mir endete unschön. Es war wie ein plötzlicher Sturm, der über uns hinwegfegte und alles in Unordnung hinterließ. Die Spannungen, die sich im Laufe der Zeit aufgebaut hatten, erreichten schließlich ihren Höhepunkt und brachen wie ein Damm über uns herein. Es gab Worte, die nicht zurückgenommen werden konnten, und Taten, die unauslöschliche Spuren hinterließen. Unsere Beziehung, die einst so vielversprechend und voller Hoffnung war, zerbrach unter dem Gewicht unserer Konflikte. Jeder Versuch, die Dinge zu reparieren, schien vergeblich zu sein, und wir fanden uns in einem Strudel aus Schmerz und Verzweiflung gefangen. Es war, als ob wir uns ineinander verloren hatten, und der Schmerz des Verlustes schnitt tiefer als alles, was wir je zuvor erlebt hatten. Trotzdem gab es auch Momente der Klarheit, in denen wir beide erkannten, dass es besser war, getrennte Wege zu gehen, als weiterhin in einem Zustand der Unzufriedenheit und des Unglücks festzustecken. Also gaben wir uns gegenseitig den letzten Abschied, mit gebrochenen Herzen und der Hoffnung auf Heilung in der Zukunft. Es war ein schmerzhafter Abschied, aber vielleicht war es auch der Anfang von etwas Neuem für uns beide, eine Möglichkeit, uns selbst wiederzufinden und zu wachsen, auch wenn es ohne den anderen sein würde. Abschied, ich finde, es war ein schmerzhafter Abschied, also war es auf der anderen Seite, die ich verabschiede.